Willkommen zu einem... oder? Der Priefer hat mich direkt mal. Willkommen zu einem Realtalk-Video. Nämlich, es geht gerade so ein bisschen um meine YouTube-Motivation und so ein Stuff. Ich bin nämlich gerade tatsächlich stellenweise ziemlich unmotiviert. Das hat mehrere Gründe. Teilweise schneide ich an Sachen. By the way, ich glaube, dass da ein Wallet drin hat oder dass da einfach nur verfickt Timelack hat. Und ich schneide zum Beispiel... wollte ich letztens eine Runde Rainbow mit Paul schneiden. Habe ich eine Woche dran... äh, eine Woche genau, eineinhalb Stunden in etwa dran geschnitten. Um dann festzustellen, nee, finde ich eigentlich gar nicht so gut die Aufnahme. Und dass das rausgekommen ist, finde ich auch nicht so geil. Und sowas ist dann halt einfach irgendwo... Das ist auch einer der Gründe, warum kein Video gekommen ist diese Woche. Also vielleicht kommt das sonntags. Ja, warum jetzt seit einer Woche? Und mir ja kein Video gekommen ist. Ein anderer Grund, warum ich so eine kleine Darnphase habe, ist einfach so eine Demotivation einfach so unter dem Aspekt. Ich habe zum Beispiel an dem Arc of Horizon Video... Oh, kann ich ihn... Moment, ja, kann ich. Schön. Ähm, ich habe an dem Arc of Horizon Video... Vier Stunden in etwa geschnitten. Vier Stunden Arbeit für... Zehn Views. Oder so. Das ist halt einfach irgendwo ziemlich unmotivierend für mich persönlich einfach. Ich hoffe, das kann man da irgendwo nachvollziehen auch. Zum anderen fängt bei mir halt auch so langsam wieder Schulstress... So ein bisschen an... Ja, ja, moin. Komm. Du willst kämpfen? Komm, 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 kämpfen, kämpfen hier. Ähm, ganz kurz, es waren 100 Schüsse, die drauf waren. Bastard. Ich habe ein bisschen gestreamt auch in der letzten Woche. In der Zeit hätte ich halt vielleicht was aufgenommen, man weiß es nicht. Ähm, also schaut gerne auf meinem Twitch vorbei. Ich habe dann auch manchmal einfach nicht so eine Motivation, irgendwas zu machen. Halt durch die eben genannten Gründe, dass ich auch im Moment echt viel Bock auf den Moonman-Grind habe. Und dass ich im Moment auch wieder einigermaßen Spaß am streamen habe. By the way, folgt mir mal auf Instagram. Ähm. Das wäre jetzt komplett verkackt von mir. Auf Instagram ist halt so ein bisschen Story immer und ihr werdet immer informiert, wenn neue Videos über Streams da sind. Ja, da hat er sich, glaube ich, ein bisschen überschätzt, ne? Auf jeden Fall also, wenn ihr wollt, dass mehr Videos kommen und ihr mich ein bisschen motivieren wollt, warum brücke ich den gerade auf eine Headshots, ähm, dann lasst einfach mal einen netten Kommentar da, weil sowas motiviert einen unheimlich. Ähm, dann noch, lasst einen netten Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst vor allen Dingen einen netten Kommi da. So, das ist, tatsächlich sind Kommis das, was mich am meisten motivieren, wenn irgendwer so schreibt, geiles Video. Alter, will der? Ja, so. Ich werde mal ganz kurz aufzulabern. Ich muss ihn kurz wegfisten. Ich spiele keine Obertime. So, danke. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen super netten Kommentar da. Habe ich gerade wirklich Kommentar gesagt? Genau, Nick.